Wir stehen am Beginn der Haushaltswoche. Die Große Koalition will fast 100 Milliarden Euro neue Schulden machen. Das wird begründet mit der Corona-Pandemie. Für uns ist klar, diese enorm hohe Neuverschuldung kann man nicht alleine mit Corona entschuldigen. Es handelt sich um eine bewusste Entscheidung der Großen Koalition vor dem Wahljahr. Aus unserer Sicht wäre es notwendig, jetzt wieder Schritte einzuleiten zur Normalisierung der Haushaltspolitik. Wir dürfen nicht eine jüngere Generation und die Schuldentragfähigkeit unseres Landes insgesamt gefährden lassen durch eine Haushaltsführung, die ganz offensichtlich durch den Wahlkampf geprägt ist. Unsere Forderung ist, dass bei jeder zusätzlichen Milliarden neue Schulden geprüft wird, ob sie wirklich erforderlich ist. Deutschland darf auch im nächsten Jahr nur so viel an neuer Verschuldung aufnehmen, wie es wirklich erforderlich ist. Das lenkt den Weg zuerst darauf, dass wir enorme Milliarden an Rücklagen im Haushalt haben. Es wäre ein Gebot der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit, zunächst einmal Rücklagen aufzulösen, bevor neue Schulden gemacht werden. Auch das würde die öffentliche Verschuldung reduzieren. Schulden machen darf nicht eine Art Selbstläufer, eine Art Automatismus werden. Gegenwärtig haben wir eine sehr niedrige Zinssituation für die öffentliche Hand und noch werden die Anleihen, die der deutsche Staat begibt, auf den Finanzmärkten uns aus den Händen gerissen. Aber das ist keine Garantie für die weitere Zukunft und deshalb darf Herr Scholz, sollte Herr Scholz nicht alle Möglichkeiten, Schulden zu machen, jetzt bis an den Anschlag ausschöpfen. Herr Scholz hat zugleich in seinem Haushalt ein Milliardenloch ab dem Jahr 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Er spricht dort von Handlungsbedarf. In Wahrheit bedeutet das, dass wir eine Debatte bekommen über dauerhaft höhere Schulden für unser Land oder eine Erhöhung der Steuerlast. Grüne fordern ja bereits, dass es eine politische Garantie geben soll, dass nicht wieder der Kurs der Haushaltskonsolidierung eingeschlagen wird. Und aus der SPD hören wir Stimmen nach Steuererhöhungen. Wir fragen uns, wie eigentlich die CDU, CSU zu den Fragen von zusätzlichen Schulden und Aufweichen der Schuldenbremse und Steuererhöhungen stehen. Für uns ist klar, wir wollen auf zusätzliche Schulden, soweit es geht, verzichten. Öffentliche Verschuldung ist kein Zweck an sich, sondern muss streng begrenzt sein, damit wir auch in Zukunft weiter die Handlungsfähigkeit haben, wie wir sie in diesem Jahr haben, nutzen müssen. Jede Staatsausgabe, jede Staatsaufgabe, alle Subventionen müssen auf einen Prüfstand gestellt werden. Unser Ziel ist es, die Schuldenlast zu reduzieren und zugleich Spielräume zu erarbeiten, um die private Hand, also die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe zu entlasten. Die Investitionen, die wir brauchen, die müssen ja vor allen Dingen aus dem privaten Sektor kommen. Ich denke an Digitalisierung und Klimatechnologie. Die Rücklagen, die wir in der Zukunft brauchen, das sind die bei den mittelständischen Betrieben, bei den Familienunternehmen, beim Handwerk, bei Freiberuflern und Selbstständigen, die ebenfalls wieder eine Krisenresilienz entwickeln müssen. Und dafür muss es einen fairen Deal geben zwischen öffentlicher Hand und der privaten Seite. Es kann nicht immer so sein, dass nur die Privaten sich einschränken müssen. Auch der Staat muss sein eigenes Handeln hinterfragen. In den vergangenen Jahren jedenfalls hat die Große Koalition gewirtschaftet wie im Rausch. Und sie setzt das in der Krise auf Pump fort. Das ist für die weitere wirtschaftliche Erholung Gift. Vorschläge von Herrn Scholz. Im Übrigen, man müsste jetzt die Steuern erhöhen. Nicht für Einnahmen, sondern als Beitrag zur Leistungsgerechtigkeit. Das buchen wir unter Wahlkampf ab. Das sind klassenkämpferische Parolen. Herr Scholz lässt völlig aus der Betrachtung heraus, dass heute 25 Prozent der Steuerzahler 75 Prozent des Aufkommens, etwa 75 Prozent des Aufkommens der Einkommenssteuer zahlen. Wir haben bereits eine enorme Umverteilung. Das, was er jetzt vorschlägt, ist nichts anderes als eine Strafe für Selbstständige, für Freiberufler, für den Mittelstand, die die Einkommenssteuer als eine betriebliche Steuer haben. Von denen erwarten wir, dass sie investieren in Klimaschutz. Von denen erwarten wir, dass sie sich der Herausforderung Digitalisierung stellen. Dort sollen neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstehen. Was Herr Scholz Ihnen aber nur anzubieten hat, das sind höhere Steuern. Und dann noch nicht mal, um öffentliche Haushalte besser aufzustellen, sondern als eine vorgebliche Frage der Gerechtigkeit. Das führt aus unserer Sicht in eine falsche Richtung und trägt nicht bei zur wirtschaftlichen Gesundung des Landes. Andere Sozialdemokraten, wir denken an Wolfgang Klement, der leider verstorben ist. Andere Sozialdemokraten haben wirtschaftliche Zusammenhänge auch schon mal anders gesehen als er. Wir werden uns mit den steigenden Corona-Infektionszahlen beschäftigen, meine Damen und Herren. Wie schon im Frühjahr setzen wir auf eine Strategie mit Augenmaß. Staatliche Freiheitseinschränkungen müssen immer am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gemessen werden. Zu unserer Sicht macht es keinen Sinn, wenn es diskutiert wird, bundesweit in Deutschland an allen Stellen Masken im öffentlichen Raum auch draußen zu fordern. Für uns macht es auch keinen Sinn, generell private Veranstaltungen überall in Deutschland zu begrenzen. Das verunsichert und verängstigt nur. Wir brauchen aber keine Dramatisierung, sondern wir brauchen eine intelligente Strategie, um einen zweiten flächendeckenden Lockdown zu verhindern. Dazu gehören Schnelltests, insbesondere bei besonders betroffenen und gefährdeten Gruppen. Und dazu gehört ein Ampelsystem, wie es Armin Laschet für die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen vorgeschlagen hat, mit sehr viel mehr Indikatoren als nur der Zahl der Neuinfektionen, sondern beispielsweise auch die Zahl der Tests, die Kapazität für Tests, demografische Situationen in einer Gemeinde und beispielsweise Verfügbarkeit von Intensivmedizin. Solche zusätzlichen Parameter, Gemeinde scharf eingesetzt, das könnte tatsächlich ein Ampelsystem sein, das nicht nur Rot und Grün, sondern auch Gelb als Warnstufe kennt, das für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar ist und das sehr genau auf Gemeinde-Ebene eben konzentriert auch eine Reaktion auf den schwierigen Herbst und Winter erlaubt. Zum Dritten werden wir natürlich den Zwischenbericht zur Frage der Endlager nuklearer Abfälle diskutieren. Dort gab es gestern auch eine Unterrichtung der Fraktionen. Für uns ist klar, dass wir hier als staatliche Verantwortungsgemeinschaft gemeinsam handeln müssen. Niemand darf sich rausnehmen, nicht der Freistaat Bayern, der auf seinem Gebiet Endlager politisch ausgeschlossen hat, aber übrigens auch nicht die Grünen, die sich ja sehr frühzeitig, vor Jahrzehnten schon, gegen das Endlager Gorleben ausgesprochen hat. Für uns ist es noch eine offene und zu prüfende Frage, warum bereits in der ersten Phase der Suche nach einem Endlager Gorleben ausgeschlossen worden ist. Gorleben ist ein erforschter Standort. Es ist sehr, sehr viel Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufgewendet worden für die Erforschung dieses Standortes Gorleben. Warum er bereits in der ersten Phase der Endlagersuche ausgeschieden ist, das muss präzise wissenschaftlich und politisch bewertet werden. Wir wollen das tun. Wir sind jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht davon überzeugt, dass Gorleben nicht auch einer von über 90 Standorten sein kann. Da wollen wir sehr genau in den Bericht hineinschauen, ob das politische Gründe gewesen sind oder tatsächlich unabweisbare wissenschaftliche Fakten. Soweit von mir und uns, was uns diese Woche beschäftigen wird. Frau Hüsch. Diesen letzten Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, Sie sagen, Sie wollen besonders gut in das Gutachten reinführen. Am Anfang kam es so, als wollten Sie eine Wirtschaftschule machen. So geht Ihnen aber auch wissenschaftlich, oder reicht Ihnen die Excel-Diese? Oder planen Sie wirklich eine Forschung anzustellen, falls Sie bezweifeln? Das ist wissenschaftliche Gründe für den Ausschuss an der Eure. Dieser Bericht zur Endlagerfrage wird jetzt sicherlich von vielen Seiten wissenschaftlich und politisch beleuchtet werden. Auch von der Fachwissenschaft von Geologen mit Sicherheit. Und wir werden bei dieser Debatte uns besonders dafür interessieren, warum Gorleben schon in Phase 1 ausgeschieden ist. Sie wissen, das ist seit 40 Jahren ein Standort, der im Gespräch ist. Seit vielen Jahren ist sehr viel Geld aus dem Staatshaushalt aufgewendet worden für genau die Erkundung, Erforschung und Bewertung dieses Standortes. Es ist nicht einfach so hinzunehmen, dass es quasi per Pressemitteilung heißt, Gorleben scheidet aus. Da wollen wir sehr genau reinschauen, was die Beweggründe sind und sind auch auf die wissenschaftliche Diskussion gespannt. Ich selber bin aber kein Geologe. Vielen Dank und wir sehen uns im Laufe der Woche.